Boah, zeittonne. Krasser Zeittonne. Mann, Blazey einfach so stehen geblieben. Ey Blazey abgestürzt, ey. Aber wie? Ey, das war ein Geräusch. Ich dachte ich wäre taub. Jetzt war ich richtig geglaubt. Oh Spulen fiepen, jetzt geht's ab. Sie wird zu heiß. Explosion wie ein Call of Duty. Schon öfter vorgekommen. Fassen wir zusammen. Valentina hat eine Armee im Dunkel Aether, die vom Reich und ihrem Forscher-Vater dort platziert wurde. Von ihrem Forschenvater? Kann ich hier eigentlich schon Hasenstücke sammeln? Nee, hier gibt's doch keine. Aber hier gibt's, glaube ich, schon Stücke. Ja. Es gibt immer noch 100 Credits, wenn man sich vor den Automaten legt. Echt? Das ist so ein Klassiker, ne? Naja, der lässt man drin. Das ist halt Kult, ne? Das war ja der erste Mythos, da wurde es irgendwie wahr. Ja. Genauso wie, dass schneller Munition kommt, wenn du deine Granaten wegwirfst. Ja, gut, das weiß man nicht. Das ist, glaube ich, immer noch ein Mythos. Ja, aber das haben doch schon Profis getestet. Da gab's doch dann so Leute, die haben dann getestet. Guck mal, wir haben einmal immer unsere Granaten weggeworfen. Ja, aber da gibt's keine richtigen... Nee, es gibt keine, aber wirkliche Hinweise, dass es stimmt. Ja, ja. Laut den Profis heißt es, ja, nö. Ja, aber bei dem Davorhocken gibt's eindeutige Hinweise. Ja, Davorhocken funktioniert garantiert. Weil ich hab's dir eben gerade gemacht. Hockgeld hab ich mir schon so oft geholt. Weil die Leute sagen ja auch immer, warum legst du hier eigentlich immer vor den Automaten? Ja, weil ich mir Hockgeld hole. Kriegst du für Hocken, für Bücken? Für Bücken kriegst du Geld. Das ist allgemein bekannt. Bückel. Das ist ein Bückel. Einhundert... Ja, einhundert Bücklis. Zennis. Ja, hundert Zennis halt für einen Bücker. Einhundert Zennis. Hä? Wo ist jetzt hier wieder der Zombie, ne? Schon wieder so einer, der verloren gegangen ist. Das hat gerade eine neue Runde gestartet. Glaube ich, oder? Nee, wir sind Runde zwei. Nein, einer ist wieder irgendwo da, aber konnte er angeschlichen. Schleichinger. Ich hab 420. Ich rauch meinen Ganzen den ganzen Tag. Was kostet das hier? Was kostet das? Weiß ich nicht. Zehnerprogramm oder so. Zehnerprogramm ist ja vorbei. Ah ja, Inflation 100 schmecken. 100 Zenni. 100 Zenni ist morgens heutzutage. Am Burgessenter kriegst du aber das Medizinische. Jetzt hau mal, hau mal weg. Ich bezahle an der Kasse immer ein Zennis. Ja. Nehmen Sie einen alten Mann da vorne mit dem dicken Beutel Zennis? Nehmen Sie das an. Seine Mutter kommt später und bezahlt den richtigen Preis. Nehmen Sie es einfach an. Vermeiden Sie Diskussion und Augenkontakt. Ja. So, Miststück. So, hier schimmelt mein Zennis. Die akzeptieren das hier bei Activision. Guck mal, hier ist noch ein Teil. Activision Jizzert. So, und hier war doch irgendwo die Kalinka U-Bahn. Hier drüben, da müssen wir rein. Kalinka U-U-U-Bahn. Ja, hier. Guck mal, da hast du es gesehen. Elektroman, da ist es schon. Aber warum? Und das ohne Stromgenehmigung. Vorsicht! Boah! No head, no service. No pants. Hier ist wieder so eine Berliner Fixerin gewesen. Dann gehe ich jetzt mal in die Fixerbahn hier, in die Schmuhbahn. Das Arne F ist wirklich an jeder Ecke. Arne F. Das Arne F war ihr Bruder. Arne Faust. Arne Faust? Guck, hier ist so ein Entsafter später. So ein nicer, nicer Powerjuicer. Wofür die sind, weiß ich aber auch noch nicht so genau. Ist aufgefallen, dass unsere Commentaries eigentlich so sind wie Hotshot. Ja. So ähnlich, ja. Hä, hier muss doch jetzt auch irgendwo das Ding in sein. Was ist denn das? Hier muss doch irgendwo so ein Hasenfuß sein jetzt. Hasenfuß? Ja. Den zündest du in der Pfeife an, oder wie? Ja, den musst du rauchen. Nee, hier ist aber nix. Oh, Schmenderle der Fuß. Aber den Schmenderle Fuß habe ich doch vorhin eingesammelt. Oder ist das woanders? Aber wenn der Soul Train kommt, hast du ausgespielt. Ist vorbei. Dann kommt der Zigaretten-Trick und dann bist du am Arsch. Bei einem Kippenflip kannst du nix machen. Wie willst du das kontern? Kippenflip, ey. Kannst du nicht kontern. Kannst nicht kontern. Außer der Typ, dem der Grasbeutel aus der Hose fliegt. Der ist auch nicht schlecht, ey. Ja, aber trotzdem, Kippenflip ist härter. Man braucht erstmal Hände. Hände sind wichtiger. Na klar. Ja, Masturbator ist defekt, oder Hände? Weiter. Schön, was du Bieröl drauf. Schnabulier-Creme. Den Kolben schön mit Nussöl abgerieben. So, kann ich hier auch aufmachen jetzt? Jawollo. Wir können schon runtergehen, oder? Du hast genug Geld. Ah, hier bedrängen mich noch zwei Ladies. Ja, aber lass die doch noch. Dann können wir den in Ruhe zerlegen unten. So, ich bräuchte Munition. Ich hoffe, der hat irgendwie ein bisschen was im Beutel. Aha. Easy, mit der Knarre hier. Ran. Guck mal, hier irgendwo der Hasenfuß. Der muss ja auch noch liegen. Da. Mach jetzt erstmal Saft an. Da siehst du doch eh mehr hier unten. Jetzt hab ich den Hasen-Dreifuß. Und noch eine Weste abgestaubt. Bockenfuß. Die Endstation hatte hier in Berlin ein Labor. Bestimmt finden Sie Valentina dort. So, Miss Valentina Nappi. Jetzt fehlt mir noch der, wo man hier... Und die Dings. Schauen wir erstmal wieder hoch und ein bisschen im Dreck buddeln. Und hier drüben ist Zipline, ne? Bei mir. Da, wo ich stehe. Ja, aber ich suche noch der Hase. Ich gucke nach Hase hier unten noch. Hier ist... Er muss irgendwo sein hier, der Hase. Aber ich hab... Nicht so den Überblick über meine Realitäten. So lange ein bisschen sippen. Breeds sippen. Ich bin der Meinung, das muss hier sein, irgendwo. Kann ja gar nicht woanders sein. Es ist doch... Was kommt jetzt für eine komische Musik? Der Jürgen. Ach, du hast da hinten schon gestartet. Hast du schon... Oh, ist doch easy. Ich komme da jetzt aber nicht hin. Jetzt bist du allein dort. Echt? Kommst du da nicht hin? Ja, weil ich auf der anderen Seite bin gerade. Ach so, ich hab doch gesagt, geh doch durch die Zipline. Und danach... Oh, der wird sich ja richtig Leben ab. Danach erwähnte ich ganz kurz, dass ich dieses Ding in Suche. Ja, aber der ist ja so easy. Ich dachte, den könnte ich schon mal wegmachen. Na gut, dann versuch, ne? Also sein Gefolge habe ich schon mal erledigt. Jetzt noch Jürgen halt. Ey, ich bin so blöd, ne? Ich kriege... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Jürgen ist down. Der Pappen ist gereinigt. Jetzt ist hier unten gerade ein Zombie gestorben. Ich kann schon mal mit dem Dreck spielen. Hier ist kein Schmutz. Der Hof wurde frisch gefegt. Frisch gefegter Hof? Ein frisch gefegter Warzenvorhof. Mozart hat eine frisch gefegte Garage. Frisch gefegt? Habe ich den schon eingesammelt irgendwie im Laufe? Kann auch sein, ne? Ich bin ja manchmal echt verwirrt, so. Deswegen kann es sein, dass ich den auch schon... Oh, ne Täuschkana hat das eigentlich ganz witzig. Da komme ich jetzt eh nicht lang. Suche ich mal eben hier mit. Da ist er doch schon hier, Schüssel. Alter, warum ziehst du den immer raus? Instant. First pick. Du hast Schmuddel. Wenn wir hier eine Sprengung, dann sind wir drüben. Wollen wir dann... Ende oben beim Save. Man muss hier bitte so ein Upgrade holen. Wollen wir erst mal wieder Yelts. Einen Tunnel. Du hast du Turnel. Einen Turnel. Einen Turnel. Turnel. Deinen Turnbeutel. Warte, hier war der, ne? Ja, da ist einer. Ui Gong. Der Mann ist besessen nach diesen Bunnies. Ja, ich will die. Ich will die unbedingt. Ich will sie berühren und ihre Watte in meinen... In meinen Mund schieben. Ich möchte meinen Mund wattertieren. Wattertieren? Hä? Warte, Gott. Könnte auch noch einer sein. Ist auch noch einer. Ich überlege gerade, ob ich einen Rosenbusch wieder machen soll. Rosenbutton. Rosenbutton macht immer Spaß. Ich werde nicht ruhen, bevor ich nicht alle diese Kaninchen gefunden habe. Er scheint ihn emotional aufzuzehren. Oh, ich glaube, ich habe alle. Was geschieht jetzt? Ich habe alle. Ich werde in den Äther gezogen. Wo bin ich? Wo bin ich? Alter. Aber Vorsicht. DJ Bobo. DJ Bow Wow. DJ Bow Wow. Little DJ Bow Wow. Aber Achtung, hier kommen jetzt Gegner. Die greifen an. Was, die greifen an? Die greifen an. Egal, ich habe eine Lochgranate. Lochgranate. Oh, oh. Jetzt gehe ich drauf. Ich gehe drauf. Oh, das ist nicht gut. Hat es nicht noch eine Äther-Funktion? Ich habe die Äther-Funktion versucht, aber dann bin ich gestorben. Weil sie nicht voll war. Jetzt ist sie voll. Knall die ab. Oh mein Gott, da ist irgendwas Besonderes da hinten. Da kommen irgendwelche krassen Luys. Was ist das hier für ein gemerkwürdiger Club? Club Lachs Medaille. Oh, er hat einfach eine neue Bande hingezaubert. Oh, es ist zu viel. Tanzen die friedlich? Jetzt schnell, da kommen ein paar. Lauf, 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 lauf. Ich bin der Man, man. Ich bin der Man, was das Wiederbeleben angeht. Der Man, der Survival Man. Ist das Survival. Oh, jetzt gehe ich, glaube ich, down. Äh, ne, ja, noch habe ich ein bisschen. Wie hoch ist das? Oh, da sind ja hier. Mimics. Ja, Mimic. Oh, ne, 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 ich bin umzingelt. Oh, shit. Jetzt musst du den Tanz der Teufel tanzen. Hast du nicht Äther? Ich habe Äther. Mach es kurz unsichtbar, dann hol mich. Mach mich schnell. Knapp, 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 knapp. Ja. Oh, was sind das jetzt irgendwelche Brandstifter, Zombies? Brandmimics, alle. Nur er holt neue. Wie lange geht dieses Disco-Event? Ich weiß es nicht. Es ist eine Disco. Achtung. Da tanzen wieder welche, die Mimics töten. Alle. Oh, shit. Boah. Renn, renn, renn. Oh, Gott. Ich bin tot. Sugarman down. Uff. Hat der mir vor den Latz eingeschossen. Lauf einfach weiter, weiter, weiter. Lauf, lauf, lauf. Da ist ein Jürgen. Du hast nichts. Oh mein, ne, 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 ne. Ich hab so wenig. Ich hab keine Munition mehr. Ich muss auch mal in die Kiste. Alter, was ist das? Kann man da ganz hoch bei dir? Man kann hier hoch, aber dann bist du in der Ecke. Naja, ich komm da nicht hin. Ich blute aus. Alter, wow. Bring dich einfach in Sicherheit. Wohin denn? So ein lustiger Knabe. Och, Mann, Jürgen auch noch. Hast du nur die Waffe? Ja, im Moment ja. Ich hab ja nicht gerechnet, dass es so wild wird. Hätte ich jetzt aber auch nicht. Und die Dinger geben auch kein Geld. Was ist jetzt los? Oioioioi, da, oida. Wo bist du jetzt? Ihr Tod, für immer. Ich hab... Bonusgeld und Munition. Der ist ja Top-Ausrüstung. Das ist nicht so krass, Alter, ja. Was kannst du mit einer Top-Ausrüstung meistern? Ja, sagen wir mal. Ich muss mich noch die ganze Welle meistern ohne dich. Ja. Mit der Meister-Sahne in der Hose. Oh Gott, kommt da viel. Da ist mir ein bisschen zu viel. Feuchte Party. Vom Busch hinpflanzen. Der Busch-Meister, komm. Zeig allen deinen Busch. Warum sind das bei so einer geringen Welle so viele? So viele. Hab ich die mitgenommen, die ganze Party-Truppe? Die ganze Party-Truppe. Ja, guck dir's an. Okay, jetzt werden's weniger. Es kommt immer noch neue. Was ist halt für den Busch aber irgendwie witzig? Ja, ich denke auch, wenn der gut getunt ist, dann hast du auch so ein richtiges bisschen getunt. Ich kann schon doppel-Busch. Das gute Doppelbuschen, George Doppelbüro, 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 George Doppelbüro, Oh, da bin ich wieder, George Doppelbüro, Alter, für umsonst, der geht ja fein raus, der geht ja mit Plus raus, irgendwie so ne Achseversicherung hat da gegriffen, ha 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 ha, Huck, ha ha, hat er sich schön raushucken gelassen, hol dir mal Fäulnis, hast du auch Fäulnis? Ne, du holst den Fäulnis und den Nogga, da sind wir gut ausgestattet. Ja, aber ich überleg grad, wir können ja eh noch nicht so sofort da hoch. Ja klar, können wir, wir können jetzt hoch. Achso, okay, okay. Du holst den Fäulnis und den Nogga. Aber ich kann auch punchen können. Ja, aber Nogga ist wichtiger, ich will nicht, dass du drauf gehst. Ich geh auch mit Nogga drauf. Ach Quatsch, das bringt schon ne Menge, wenn du den gepuncht hast, hast du einen Nogga, Hast du den nicht gepuncht? Weiß ich nicht. Ich hab ewig da nix gemacht. Also, er weiterz? Ich hab ewig da nix gemacht. Jetzt hab ich das einfach nur gespielt. Du kannst da voll viel verbessern, du kannst auch die Säfte verbessern, das weißt du, ne? Den Juice, ja. Aber da brauchst du auch den Juice Gals. Du kannst den Juice Gals. Juice Crystals brauchst du da. Ja, klar, es geht darum, Crystals zu farmen. Oh, dann kannst du hier noch ein bisschen instabilen. Der bringt mir aber nix, wenn ich den fäulen soll. Ja, warte noch ein bisschen, wir machen... Ja, haha, ja. Bist du schon oben? Ja, sicher. Aber sicher bin ich oben. Sicher bin ich in der Fäulnis Kammer. Klar hab ich ne Fäulkammer da hinten. In Muddys fauler Kammer, du. Was meinst du, was da los ist? Klar hab ich nen faulen Zahn, du. Schön auf nen hohlen Zahn gestreckt, du. Gestreckt auf nen hohlen Zahn. Ja, schön die Zahntaschen voll gemacht. Hab ich wieder Gold gesammelt vom kleinen Männle. Hier kommt keiner hoch bei mir. Ja, ich bring welche mit. Zahntaschen. Die haben alle ihre Zahntaschen. Achso. Die haben alle ihre Zahntaschen verloren. Nicht gut, seine Zahntaschen sollte man pflegen. Ja, sonst kriegt man Parodontosentaschen. Großmutters leckere Parodontosentaschen. Die riechen aber irgendwie nach Kalium. Die riechen nach Zink. Oh, 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 oh. Ich schieß. Ich schieß aber, ich kann nicht treffen, weil die irgendwie geheime Mutationskräfte haben. Hat er schon alle gekillt? Zwei Zombies bringt er mit. Ich dachte, er wirst du werden mehr. Ja, ich dachte, dachte. Die sind mal gestorben. Auf dem Weg ist irgendjemandem halt ne Ei rausgeplumpst. Komm mit den Zombies, ey. Bin ich hier vorbereitet und dann kommt der mit zwei. Dann schießt er nicht mal bei zwei. Er hat uns beinah gelachst. Also bitte. Das Auto-Aim hat irgendwie auf den Boden gezielt. Frankreich. Automatische Frankreich-Arretierung. Frankreich DLC. Hinter dir. Den Busch mal hingesetzt. Rückenversterbungsbusch. Da ist er doch. Der Baginger. Da sitzt das Ding auf jeden Fall schon mal auf. Dann kann man sich schon mal langsam hier wieder verabschieden. Hast du genommen das Ding? Nein. Nur aufgemacht. Warte mal, ich greif direkt raus. Hier kann ich nix. Vielleicht schätzen wir die Situation falsch ein. Vielleicht war das ein schiefgelaufenes. Fassen die mich jetzt an? Die meisten fassen ein. Oh, die wollen mich anfassen. Das war doch ein Fetisch, was da abging. Sieht man doch. Wir hatten viel zu viel Spaß beim Würgen. Oh, das ist Fetisch-Thematisierung. Es gibt wieder Ärger noch. Oi, 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 oi. Strike three! Hier, hier geht's doch runter oder nicht? Puh, ja, wo waren wir jetzt hin? So. Zum Zahntaschendoktor. Äh, Doktor Tasch. Jetzt müssen wir Welle 10 machen. Ach so, aber Satelliten können wir schon mal anbauen eigentlich, so. Ein Zehner Gelgar muss da jetzt drauf. Ah, da sind doch voll viele. Ja klar, die Runde hat ja erst gestartet. Deswegen bin ich jetzt runtergejobbt. Gemanioggt. Oh, überall ist immer ne kleine Busche, ne? Dabei wird ein bisschen rumgebuschelt. So, dann war's das jetzt. Man hat direkt einen schönen Kaubum gemacht. Schönen Kaubum? Ich hab dir oben schneller nachladen geholt. Ich kauf Opas schöne Kaubums. Nee, ich hab keinen schneller nachladen. Opas schmackhafte Kaubums. Ich kann mir nur Opas schmackhafte Kaubums leisten für 2,50. Eine Dose in der Hand. Opas alte Kaubumskanne. Niemand wird deinen Tod betrauern. Gute Leitung, eigentlich hier cool. Ich hör nur unten Zombies die im Rosenbusch hängen. Und hör so ein Tack. Tack. Den hab ich überall verteilt. In der ganzen Stadt hab ich gebuscht. Ja, schon wieder, zack. Noch da? Ja, ich bin noch da. Ich bin konzentriert. Ich bin in einer gefährlichen Zone. Oh, ich glaub, die ist besser, oder? Muss ja erst bei Runde 10 wieder rauskommen, oder nicht? Ey, wenn wir beide Busch hätten. Und dann noch ein Doppelbusch-Upgrade. Und überall werden Batsches. Ich glaub, das ist richtig ekelhaft, ne? Ein richtiger Buschkumpel, hä? Weil hier hängt ja auch noch ein Busch. Die halten sich schon ganz gut. Oh, die hätt ich auch gerne. Macht der denn da hinten der Shop da irgendwie wild? Ah, ich weiß nicht. Liegt alles rum, Junge. Neuer Tag, neue Waffe. Ich würd' vielleicht eher die Gallo nehmen, oder? Wie die Freddy Gallo. Die Freddy Gallo! So, mein Freund, was ist da los? Gibt's eigentlich noch einen Esel? So, Kiste gerettet. Wie hat die Kiste gerettet? Man muss investieren, damit sie woanders hinkommt. So, jetzt komm ich da runter und dann können wir hier den Jogi besiegen. Ja, hier, ne? Franz Jogi, Mann. Franz Tank. Franz Tank! Oh, Krasny! Oh, Krasny. Willi Krasny! Oh, ich hab hier mal einen Barsch. Ein Barsch geht aber immer relativ schnell, hä? Ich brauch' voll lange für meinen Äther-Väter. Oh, da hab' ich ihm noch nen Knallleins Gesicht gespritzt. Hier hinten in den Tank. Ich werd's. Ja, ja. Lauf, lauf, lauf! Oh, er brennt, er brennt! Alter, hat er mir eben gegeben. Warte, Äther-Trick. Ich mach' den Äther-Trick gleich. Ja, ja, beeil dich, da hab' ich noch einen Nogger. Ich weiß nur nicht, wo du grad' bist. Da hinten. Du siehst mich doch. Ja, ja. Jetzt Äther dich los. Oh, noch hab' ich einen Nogger. Okay, nice. Äther ist schon auch Gold wert. Auf einmal ist er neben mir! Was ist das? Ja, der ist richtig schnell. Richtig gierig. Ey, ich hink schon wieder an der Ecke. Woh, 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 woh... Oh, knappes Ding, Alter, knappes Ding. Boah, da hat er mich angezündet. Ich hab' immer diese Knallis. Ist er tot? Nein, ich bin tot. Ich bin tot! Nein, doch, noch nicht! Oh Gott, ich hab' überlebt! Warte, so. Jog ist frei! Du musst den Schmerz rausjoggen! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Keine Mutti, ich muss Mutti... oh alter war das knapp wir müssen uns unbedingt ne Rüstung holen ist er tot? noch nicht, aber jetzt gleich Alter, der ist doch ein Terrorist so, jetzt können wir einen Klausen bauen, oder? ja ist aber nur was für Schwenken mal lass hier runter, durch Luke 2 durch welche Luke? Ach da Captain Luke, aber willst du ihn jetzt schon machen? eigentlich, gut, es kommt jetzt ne neue Runde also wir müssen erst eh in die Näherei ne, Satellit ist schon dran Satellit ist schon dran, ja ja das war aber schnell Satellit ist schon dran oh nein, da kommt ein Jürgen ne Jürgen lass dir doch mal in Ruhe Mensch hör mal, ich hab direkt auf diesem Zombies spawn Busch platziert oh alter die Shotgun hat ihm eben gerade unordentlich Tinte reingejagt nein ich hätte Self wiederbeleben einmal ja, nutz das keine Ablenkungsgranaten oder so ne, nix, hab nix ich will jetzt nicht down gehen dass du nicht deine Perks alle verlierst ich hab einen Perk gehabt und der ist weg Stimulanzen hab ich hier das ist aber nicht selbst wiederbelebung, ne? ne Stimulanz ist nur, wenn du down bist kannst du ganz schnell heilen kurz oh nice ich will mal hier nen Busch reinlotsen im Busch ist man sicher im Busch ist man, äh, hat man ein Gesicht äh, ein Gesicht, ein Gefühl von Sicherheit in dem Busch fühl ich mich sicher Pater Johnson hat ihn extra nicht gestutzt das ist doch so ein, ein Möhrenbusch ein Möhrebusch ein Möhrebusch so jetzt kannst du glaub ich nen Klaus machen gehen, oder? in aller Ruhe und nimm mal den Yankee ja, oder geht der schnell hier, oder? ne, der ist gar nicht hier, ne? Der ist woanders der ist, äh, gegenüber auf der anderen Seite von den Schienen das ist dieser bescheuerte, bescheuerten Gang und der Schiller wie jetzt? ach so, ah du Geschenko hier lang das hier geil ist das ist ein Mule? ja krass und der ist auch neu jetzt, ne? oh, ich weiß es nicht, könnte sein ich weiß nicht, ob es den vorher gab schon so, Batterie ist drin los geht der Schliffstall langweilig 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 sind eh voll viele so Wörter Entschuldigung warte mal ich bin Klaus ich soll helfen darauf wurden programmiert wobei ich nicht weiß, wer mich programmiert hat weil Längling, wissen sie was ein Längling ist? ich bin nicht sicher ist bestimmt nichts Schlimmes also Grails kennt Schlongli Schlongli der alte Schlongfreund also warte du bist der Käpt'n über Klaus oh easy nimm ich mir hier das Schwarzlicht ja das nehm ich mir jetzt auch direkt mit so nein oh Klaus ach dieser Klaus ach dieser dreihand Klaus ach dieser dreihand Klaus das muss ja wieder die Näherei ein Kmischlode Kmischlode ja das ist wieder die drei anscheinend ist der Laden immer die drei wahrscheinlich jetzt erstmal hier wieder auf einen Zombie runter drucken oh Klaus hilf mir danke Klaus ist Freude am Morden denn so falsch? nicht für Klaus nicht für Klaus uh mit dem Molotow danke Klaus das haben sie davon so fleischig und zerbrechlich zu sein wie der Inhalt von Greishose aber eigentlich irgendwas mit der Telefonzelle man sieht auch so verdächtig aus oder? vielleicht wirst du da irgendwann was machen können da haben wir wieder einen taktischen Busch platziert ich brauch auch dringend schnell nachladen wo war das irgendwo auf dem Dach ne? oben auf dem Dach ja Näherei Dach oh mein Gott ich häng in irgendeiner Ecke ich bin down nein ich leb noch what 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 oh Klaus hat mich gerettet hey Klausi alte Retterluke ich bin mir wieder Schlüpfer ausgezogen 3,5 kostet das ach du Kacke ja es geht richtig in ähm ist man schade kommen wir auch welche aufs Dach jetzt oder muss ich jetzt irgendwie wie eine extra Einladung schicken oh nein ich hab Klaus verloren ich versuch's Klaus ich versuch's gut Klaus geht doch jetzt nur all chargen wahrscheinlich dann oder? ja da musst du den Akku wieder laden klar oh ne der rosenbusch hat die letzte gekillt Mist wir müssen jetzt Blacklighten für die Wunderwaffe ich hab laden schon 04 304 schreibst du auf da kann ich grad nicht woher wo ist aufgeschrieben? nein ok ok 34 hab's im whatsapp 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 haben wir schon irgendwelche neuen hallo Dries ja bei mir ist hier ich mein irgendwas äh special mäßiges oh das weiß ich jetzt nicht keine Befehle mehr aber erstmal merkt dass nicht die original Rambo Stimme ist die original ist einfach geiler ja ok gut aber ja sie klingt schon so ähnlich man merkt irgendwie es klingt so ein bisschen wie als würde es eine Parodie sein also hätten sie ihn kriegen können hätten sie ihn genommen sicherlich ja was übernimmt ist ja so ein anderer den Namen vergessen oh was jetzt Atombombe ist hier irgendwo ein Jürgen? ja hier ist glaub ich irgendwo ein Jürgen ich krieg nämlich irgendwie Schaden aber weiß nicht von wo da ist Jürgen da ist Jürgen klar ist Jürgen ja du hast grad ne Atombombe gezündet wie soll ich da einen am Leben lassen Jürgen ist am Start ich hab ja noch einer einen hab ich auf jeden Fall noch oh ich bin nur ritt ich bin down keine Ahnung warum hat Jürgen dich gekillt? ja alle zusammen Jürgen und seine ganze Crew das ist auch ein Befehler ja geht aber ah schneller nachladen ist weg ich versuch's ah meine ganzen Investitionen noch Nogger? Nogger hätte ich jetzt noch gerade für 2-3 Sekunden ja rennig 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 gib mein Bestes sag mal dass der Nogger noch da ist Nogger ist noch da Nogger ist noch da noch ist er da noch Noggerter noch Noggerter jawoll ok warte es sind nicht mehr so viel ist Jürgen tot? Jürgen ist tot ja na gut dann mach slow ah da kommt noch ein bisschen was kriegst du lieber weg aber du hast irgen ja ne ne hab nix drauf weil ich hab Leitung deswegen achso oh ich bin schon wieder down ist er weg keine Ahnung ich krieg sofort doppel punch und bin weg ey überleg ich mal wie schnell man down geht mit Nogger noch da? mit Nogger nein er ist dann sofort weg Vorsicht die sind extrem aggressiv die sind extrem aggressiv jetzt kann ich nicht mehr steuern kann ich mehr steuern was warum keine Ahnung was da tut Maus gesperrt ich kann auf Pause drücken ne warte ich hole dich jetzt kann ich wieder steuern keine Ahnung was passiert ist Fluchmagie klassische Fluchmagie hab ich schon mal gehört dass sie das irgendwie im Süden anwenden ja südländische Flugmagie äh was? Fluchflugmagie Fluchflug so hier Fluchy so alle tot bis auf einen hast du den nicht drauf gehen nicht drauf gehen nicht drauf gehen ich würde mir eher einen Nogger holen ich suche jetzt die 1 langsam dass die 1 das schwierigste ist die 2 und die 3 finde ich immer aber die 1 Probleme ah hab sie 39 1 ist 39 3 2 3 4 4 5 5 6 5 5 6 6 7 7 7